Ah, das wird lustig, das wird lustig. Ich spreche lieber mal. Ja komm, zeig dich! Nein! Alarm! Ja, 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 ja. Ihr habt ja gespeichert, Gott sei Dank. Aber wie kann ich das laden jetzt? Ist das nicht da, wo ich gespeichert hab? Was? Oh, ernsthaft? Man kann gar nicht quicksafen hier? Oh, hab ich das gewusst, hab ich viel vorsichtiger gespielt. Wir laden den Kram in einer Stunde. Bewegt eurer Hintern! Okay, da muss ich aber echt viel vorsichtiger spielen. Schussgeneratoren aus. Die jagen 10.000 Volt durch die Leiter. Nachdem du also hast du einfacher. casino mit Dr. Oh! Höfst. In doctorate! Tiefe, die Leiter. Oh! 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 Ich muss mal alles kennen, was hier draußen rum sind. So, haben wir damit alles, die hier drinnen sind, die draußen sind? Es war direkt hinter uns. Soll ich mal nachschauen? Vergiss es, die sollen alleine klarkommen. Uppala. Servus. So, haben wir hier Rüstung liegen. Dann gucken wir mal, was hier drin ist. Den darf ich nicht aufmachen. Alles klar. Schade. Gut, gehen wir weiter. Lalalalalala. 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 Lalalala. Mein zu Hause? Nein. Aber jede Menge wasser und Munition. Ist hier jemand drin? Aber da kann ich gar nicht rein. Schade. Kann ich hier rein. Ist aber auch niemand zu Hause. Das große Minipack nutze ich jetzt bestimmt nicht. Da kann ich auch nicht rein. Kann ich hier rein? Nein. Die Munition noch mit. Was haben wir hier? Nichts. Kann ich hier rein. So. Gucken wir mal weiter. Jetzt kommt mal direkt da vorne aus. Oh, das wird jetzt gar nicht lustig. Da geh ich jetzt für dich rein. Dann weiß ich, dass es weiter geht. Dann weiß ich, dass es weiter geht. Wofür steht hier eigentlich keiner? Das ist doch sehr seltsam. Ich weiß, dass es eigentlich da vorne noch jemand sein müsste. Oder aus irgendeinem Grund keiner ist. Verstehe ich jetzt auch nicht so ganz. Doch nicht. Das war der dann hier. Ja, okay. Alles klar. Gut. Dann haben wir hier nämlich noch ein Messer. Genau. Okay, dann war ich hier drin noch. Ne, waren noch welche. Ja. 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 Wunder, wunderbar. Wunder, wunderbar. Bisschen Munition mitnehmen. Bisschen Zeug kaputt machen hier. So, die sind deaktiviert. Gut. Wo kann ich weiter? Gibt es hier noch irgendwas, das man einsammeln kann? Scheinbar nicht. Weiter geht's. Wuppdi 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 wu. Okay. Oh. Hi. Tschüss. Weiter geht's. Weiter geht's. Okay. Dann können wir jetzt hier rein. Wow. Was zum... Schmecke auf das Dach der Baden. Und ein Medipack mit kleinem ist. Sehr gut. Jetzt nehmen wir direkt das Glimba auch direkt. So. Gucken wir mal, was wir hier oben haben. Bist du da frei? Die Tate zeigt einen Belüftungsschacht an der Seite des Felsens. Benutze den Kletterhaken, um runterzufassen. Der Kletterhaken? Muss ja also irgendwo hier benutzen, alles klar. Da ist einer, ja. Das Klärchen. So Klärchen. So Klärchen. So. Also den Haken brauchen wir, ja. Der hängt aber jetzt seltsam da dran. Huiiii. 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 Wenn man aber auch anders reagieren kann, oder? So. Ich bin drin. Ich bin drin. Level abgeschlossen. Ich bin drin. Verfreien zu General Kering. Okay. Okay. Ja, überall bei Ihres Pels würde es teuer zu stehen kommen. Aber es war Ihr Befehl, General. Sie hatten den Auftrag, die GIs aus der Gesicht zu setzen. Nichts, sie abzuschlagen. Pff. Nu jo. Jetzt ist es zu spät. Sagen Sie Ihren Leuten, dass Sie Ihre Arbeit zu Ende bringen sollen. Es darf keine Überlebenden geben. Schon erledigt. Was ist mit Chariton? Ich kann ja durchschießen. Haltet ihn warm. Ich möchte die Namen der Agenten, die mit ihm am Fall Sheriton arbeiten. Nehmt dem Schlappschwanz seine Zigarren und er redet wie ein Wasserfall. Ich will Freier hier durchschießen können. Nein. Kommt. Gut, gut. Alles klar. Ich bin da. Was ist denn da? Okay. Okay. So, okay. Alles klar. Dann machen wir da durch. Wer hat mich gesehen? Noch jemand? Uff. 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 Alter, was für'n Irrgarten hier. Uff. Ach, du warst auf Klo. Tut mir leid für dich. Uff. So. Haben wir da jemanden auf Klo? Nein. Okay. Fangen wir hier sonst noch irgend... Alter, das ist schon ein Irrgarten hier. Ich habe auch die ganze Zeit Angst, irgendwas zu verpassen. Eine Granate. Das Ding kann halt hochgehen da. Ja, das ist halt das Gemeinde. Da kann ich eigentlich rausschießen, oder? Schau mal an, ist alles kaputt hier. Safe is safe. Ich weiß ja nie, wenn man hier vielleicht mal durch muss. Dann kann mich das Ding nachher noch quillen. Aber ich weiß ja nie. Ah, genau. Von hier komme ich. Genau. Okay. Schauen wir mal hier lang. Da ist nix. Da ist nix. Oh, was ist man denn da? Äh, kann man eine Rüstung? Oder so? Oder einen Händen gehabt? Jawohl. Sehr schön. Was haben wir hier drin? Ah, Waffe. Und Granaten. Ich liebe Granaten. War sonst noch irgendwas? Ne, ne? Das kann man aus irgendeinem Grund kaputt machen. Ich weiß nur nicht warum. Oh, da hatte ich auch noch was. Ne. Das sah jetzt nur so aus. Okay. Dann gehen wir weiter ran aus. La, 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 la. Hi. Auf dem Gefrierschrank, oder? Pfff. Aber, oh doch. Das Medikit. Ich kann auch direkt mal nutzen, das Kleiner. Gibt keinen Grund, das nicht zu messen. Gibt keinen Grund, das nicht zu messen. Wo war's das? Medikit? Oh. Wow. Da hab ich jetzt aber Schwein gehabt, ne? Schön in den Nacken schießen. Oh, da mach ich jetzt alles mal Alarm. Oder auch nicht, weil ich einfach doof bin. Wieder ein kleines Medipack nehmen. Sicher ist sicher nicht, dass wir nachher noch sterben oder als wir vorne spielen dürfen. Da hab ich noch ein paar Ganaten genommen. Da darf ich nicht rein. Okay. Joa, dann geht's wohl. Geh jetzt weiter. Oder auch nicht. Auch wenn ich nach oben fahren auch richtig. Oh Gott, ich fahr hier aber ganz schön schnell hoch. Das geht jetzt ab. Das ist jetzt gerade erst umgekippt. Okay. Das heißt. Tap, tap, tap. Das sind mehrere Leute, alles klar. Tap, tap. Tap, tap. Da hab ich nicht gesehen, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Der ist jetzt dafür tot. Puh. 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 Okidoki, so. Kann ich hier rein? Erst mal alles nachladen, ja, das wäre ja auch eine gute Idee. Okay, da komme ich aber nicht rein, scheinbar. Keine Chance, da reinzukommen. Hier geht es weiter nämlich an. Jupp. Ich brauche jetzt noch einen Schlüssel, den ich, glaube ich, nicht habe. So, theoretisch müsste ich ja hier reinkommen können, oder? Was war das denn? Da liegt was. Da ist eine Karte, da muss ich rein. Nein, durchverleihen kann ich mich nicht. Okay, wie komme ich hier also weiter? Wie komme ich hier weiter? Nicht so. Das steht mal fest. Vielleicht doch hier rein? Äh. Äh. Du hast nichts dabei, ne? Sieht nicht so aus. Wie komme ich da rein? Muss den Ding ja kaputt machen, ist das recht? Äh, wie komme ich hier weiter? So nicht, so nicht. Hast du was dabei? Nee, ne? Ist hier was, was ich machen kann? Nein. Habe ich irgendwo was übersehen? Nein. Ich komme hier durch. Hab den kaputt gemacht. Hab den kaputt gemacht. Hier ist ein Feuerwehr. Ach. Moment, da. Kann ich nicht rein. Alles klar. Ähm. Den habe ich kaputt gemacht. Hab nichts, um da reinzukommen. Alles. Ah, da komme ich durch. Alles klar. Guck mal hier. Checkpoint. Aber in der... Nein, ne. Keycard, die hätte ich doch bestimmt auch irgendwie kriegen können. Ich bin verwirrt. Hey, warum trägt McGrawl eigentlich immer diese dunklen Sonnenbrillen? Retinale Übersensibilität aus seinen Tagen, dass Sprengstoffe gesperrt hat. Er musste irgendwie etwas falsch gemacht haben. Er weiß es nicht. Ich hab gehört, dass ihn mal ein Spencer als Schweißbügel bezeichnet hat und... Schnauze! Ist es Ding doch nicht zum Laufen? Ist es wahr, dass McGrawl ihn den Flamerock eingeliefert hat? Oh, okay. Ich bekomme ein Hinserhaut bei dieser Geschichte. Jake? Was ist? Sei ruhig. Okay. Noch was? Gut, ich gehe weiter. Hier was? Ah, okay. Was haben wir denn hier? Ja gut, aber ich kann ja nicht einfach hier runterspielen. Ah, mit dem Haken. Mit dem Haken. Alles klar. Aber das machen wir nicht jetzt. Oder? Warum muss ich das jetzt machen? Oh Gott, das glaube ich, muss ich jetzt machen. Ja, hier ist der Kasse. Oh mein Gott, das wird lustig. Alles klar. Also wir werden jetzt erstmal stehen da. Und schießen den jetzt mal tot. Und erst wenn der tot ist. Jetzt weiter. Lassen wir jetzt, wenn der kaputt schießt. Das ist, glaube ich, besser. US Army Emerald Base. Alles klar. Jetzt wissen wir, wo wir sind. Na komm, wo bist du? Da bist du. Jemand hat die Leiche gesehen. Aber, da stehe ich rein. Alles klar, dann bin ich ja hier safe. Dann bin ich doch hier safe. Okay. Ähm, wenn du doof guck, kann ich auch nichts anändern. Hör auf, ich will da durch. Okay, schnell runter. Wow, was? Wo denn? So, dann haben wir hier ein Medi-Kit. Dann haben wir hier. Haben wir hier hinter noch was? Vielleicht. Nein. Gut, komm ich da hoch. Ja. So, okay. Da kann ich auch nichts machen. Alles klar. Außer ist klar, Kutschi. Ja, hier auch nicht. Okay. Und hier? Nee, auch nicht. Alles klar, dann sind wir wieder runter. Oh, ich verliere Leben dadurch. Oh, oh. Wir halten uns mal. Nehmen wir mal ein großes Medi-Pack. Kein Grund, das nicht zu nehmen. So. Ach, jetzt sind wir hier drin. Alles klar. Hä? Ja, das ist kugelsicher. Das habe ich schon ausprobiert, mein Freund. Oh, oh. Ich glaube, ich sollte hier weg. Und zwar schnell. Was? Ich will hier durch. Okay. Ich weiß. Ich weiß. Ich bin nicht zugehört. nicht auf, ach so, doch, jetzt komm ich da durch. Leider müssen wir auf der Seite hier sein. Alter tot. Und wir krotzen nochmal um. Hier ist noch einer. Oder auch nicht. Warte mal, jetzt ist die Tür hier offen, da sind wir ja durchgekommen, oder? Ist er nicht von hier rausgekommen? Komisch. Na gut, dann wohl nicht. Dann gehts jetzt weiter. Dann gehts jetzt weiter. Aber ich sollte mich vielleicht nochmal heilen. Wir halten immer mal ein kleines Millikit. Zack. Okay. Weiter gehts. Checkpoint. Jawoll, sehr gut. So, so, Carrington. Jetzt fühlen wir uns gar nicht mehr so schlau. So. Ah, da ist er drin, wo ich hin muss, glaube ich. Keine weitere Malation tragbar. Laden wir nochmal nach. Kann ich nachladen. Ja gut. Soll ich vielleicht mal auf das Geschrollflinte nutzen, Mann? Was? Wo? Oh Gott. Hi! Hi! Hey, da ist der eine Menge aus. Hey, die war ich doch schon. Oh, hi! Muss ich hier hin? Das sieht so aus. Was haben wir denn hier? Welche? Was haben wir hier? Munition! Haben wir hier auch was drin? Nope. Haben wir hier was drin? Nope. Haben wir hier was drin? Hier vielleicht? Wäsche, Wäsche, Wäsche. Und hier? Und hier? Ah, ja. Sehr schön. Medikits. Medikits sind immer gut. Ich mag. Ich liebe Medikits. Okay. Was ist denn da? Was? Dann hat man mal einen gerammelt. Okay. Eine Waffe. Yay. Da haben wir noch einen Schrank, den wir nicht aufgemacht haben? Wo ist das? Ein wichtiges Dokument. Ja, aber wir... Wie könnte ich mir diese Dokumente angucken bitte? Wie geht das? Mano. Na gut. Wie man nichts gesagt hat. Ist mir jetzt egal irgendwie grad. Gucken wir doch bei der Toilette nach. Hallo? Jemand da? Jemand da? Hallo? Ist nix, okay. Aber ich glaub ich bin hier... Kann ich da durch? Theoretisch? Nein. Hier kann ich theoretisch nicht durch. Okay. Gut. Dann haben wir hier eine Sackgasse. Wo aber ne Menge Sachen drin waren. Ähm... Von wo kommen wir jetzt nochmal? Bin mir grad gar nicht sicher, von wo ich komme. Von hier, oder? Genau. Und hier haben wir uns aber noch gar nicht umgeguckt. Genau. Können wir hier durch? Nein. Dann gab's hier eh nur einen Weg, wa? Ich bin mir gar nicht sicher. Wo kommen wir denn hier aus? Okay, ja. Doch. Alles klar. Hier gibt's nur einen Weg. Alles klar. Dann kommen wir da nicht durch. Dann müssen wir hier durch. Hier ist aber, denk ich, nix. Hier ist aber, denk ich, nix. Gut. Dann konnten wir hier rechts vielleicht. Ja. Hi. Ich mein auf Klo. Okay, lustigerweise hier kann man nicht aufm Klo gucken. Das ergibt absolut keinen Sinn. Aber okay. So, was haben wir denn hier noch? Nein. Nee. Nope. Da können wir noch durch. Was haben wir hier? Ah, noch ein First Aid. Dann kommen wir da hoch. Geht das? Kannst du da hoch? Kannst du da hoch? Ach. Hä? Was? Du brauchst dich meinen Smets nicht mehr zu bewähren, mein Junge. Ich kann dir einen Top-Lauftrag anbieten. Ich bin mir grad nicht sicher. Ich hab ihn noch nicht mal gesehen bis jetzt. Ich guck jetzt erstmal. Jetzt ist es so. Die Tür verschlossen? Will mich das Spiel eigentlich... Ach man, da war doch noch ein Raum, mit dem wir nicht waren. Ach, Menno. Ich verpasse immer irgendwas. Hab ich so das Gefühl auf jeden Fall. Wie ist er denn? Hast du mit mir denn nicht gesprochen, glaub ich? Jetzt mal hier. Da können wir raus. Da geh ich aber jetzt mal nicht lang, weil ich nicht weiß, was da ist. Ahhhh. Da 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 da. Wo haben wir das? Das haben wir hier. Da kann ich nicht raus. Alles klar. Dann gehen wir mal da gucken. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Lalalalalala. Träume ich? Mein Gott. Ich kann es nicht glauben. Mein bester Mann am Leben. Sein bester Mann? Das ist für... Ich bin also dein bester Mann. Okay, voller... Nein, nicht. Sie kommen zurück. Jaja, ist ja schon gut. Hier ist Ihr HF-Sender. HF... Was? HF was? Jones. Können Sie mich hören? Was? Was meinen Sie mit Gedächtnissschwund? Was ist das? Was ist das für mich? Was ist das für mich? Vielen Dank.